Herzlich willkommen im Block Nummer 3. Und wie haben Ihre Zigaretten geschmeckt? Bestimmt haben Sie festgestellt, dass Zigaretten überhaupt ganz ekelhaft sind, wenn man sie pafft. Meistens schmeckt man dann so etwas Rauchiges, Fades. Manche Leute sagen, dass es so ein bisschen bitter ist oder dass es so ein bisschen beißt im Mund. Es ist auf jeden Fall nichts Angenehmes. Es ist ein ekelhafter Geschmack. Aber dann, als Sie inhaliert haben, haben Sie festgestellt, ah ja, das ist das Gefühl, was ich haben wollte. Das ist das Gefühl, weswegen ich rauche. Machen Sie sich bitte klar, ab diesem Zeitpunkt haben Sie Nikotin inhaliert in Ihre Bronchien hinein. Das Nikotin ist von der Luft ins Blut gegangen und hat dann Ihre Nerven angefüttert. Und ich wette, dass Sie innerhalb von 2, 3, 4 Zügen eigentlich schon genug hatten. Das heißt, innerhalb dieser Zeit hatten Ihre Nerven, Ihre Nervenohren wieder genügend Nikotin bekommen, dass Sie diese Signalübertragung als normal empfunden haben. Sie hätten da die Zigarette eigentlich schon ausdrücken können und wegschmeißen können. Aber nein, ich hatte Sie ja gebeten, nochmal gleich die zweite Zigarette hinterher zu rauchen. Und Sie haben vermutlich festgestellt, dass die zweite Zigarette hinterher dann gar nicht mehr schmeckt. Das ist eigentlich eher ekelhaft, ne? So dieser Geschmack, dieser Genuss, den wir dadurch haben, dass wir die Entzugserscheinungen wegnehmen, der wird immer geringer. Das bedeutet, wir rauchen, Sie haben das gerade am eigenen Körper gespürt, wir rauchen nur, um die Entzugserscheinungen abzustellen, die wir durch die Zigaretten haben. Das ist die biologische Seite der Sucht. Jetzt gibt es natürlich auch eine psychologische Seite der Sucht. Vielleicht ist der eine oder andere unter Ihnen, der am Tag gar nicht so viel Zigaretten raucht und der vielleicht nur so zwei, drei Zigaretten raucht, zu bestimmten Situationen die Zigarette anzündet. Oder der sagt, also ich kann mit diesem Wechselspiel aus Anfluten, Abfluten, Anfluten, Abfluten gar nicht so viel anfangen. Keine Sorge, auch Sie sind völlig normal. Selbstverständlich gibt es auch eine psychologische Komponente beim Rauchen. Und die psychologische Komponente, die ist fast noch stärker als die biologische. Jetzt gucken wir uns doch einmal an, bei welchen Gelegenheiten wir so rauchen und was Raucher in der Regel dazu sagen, wieso sie zur Zigarette greifen. Im Urlaub rauche ich auch, einfach weil ich da Zeit habe und entspannt bin. Die Zigaretten, die am besten schmecken sind, nach einer stressigen Situation zum Beispiel. Und am schönsten ist es natürlich, bei einer Tasse Kaffee morgens oder bei einem frischen Kölch in der Altstadt zum Beispiel, da schmeckt es schon. Das passt zusammen, Kaffee und Zigaretten. Ich genieße die Zigaretten sehr zum Alkohol. Also Alkohol und Zigaretten ist für mich eine sehr gelungene Kombination. Bier und Zigaretten ist von der Geschmacksrichtung her auch sehr gut. Und ja, abends im Nachtleben, wenn man halt weggeht, raucht man automatisch gerne Zigaretten oder ich auch, weil es mir auch eine gewisse Sicherheit gibt. Beim Telefonieren zwischendurch, eigentlich aus Langeweile abends beim Fernsehen, ja, ständig macht man sich eine an. Das ist irgendwie die Steigerung von Nicht-Arbeiten, von Freizeit, von Spaß haben, von Wohlfühlen. Wenn ich einen stressigen Tag hatte und will dann abends vielleicht mich entspannen oder versuche das, weil ich ja noch weitermachen muss und dann trinke ich ein Glas Wein und dann rauche ich dazu. Wenn eine besondere Situation war, wenn es stressig war oder wenn irgendwas gut geklappt hat, das ist dann eine Belohnung dafür oder eine Beruhigung, je nachdem. Und so geht die Packung leer, eine nach der anderen. Und haben Sie die Situation wiedererkannt? Es ist ganz spannend, es sind unterm Strich immer wieder die gleichen Situationen, bei denen wir zur Zigarette greifen. Wir rauchen beispielsweise, wenn wir uns über irgendetwas ärgern. Wir rauchen, wenn wir Stress haben. Wir rauchen, wenn wir im Stau stehen. Wir rauchen, wenn es uns nicht gut geht. Wir rauchen, wenn wir eine Pause machen. Wir rauchen beim Kaffee trinken. Wir rauchen nach dem Sex. Wir rauchen nach dem Essen. Wir rauchen am Morgen. Wir rauchen eine Zigarette, wenn wir in Gesellschaft sind. Wir rauchen eine Zigarette, wenn wir uns konzentrieren müssen. Wir rauchen die Zigaretten oft so nebenher, so am Computer, beim Fernsehen oder beim Telefonieren. Wir rauchen die Zigaretten als Belohnung. In bestimmten Situationen sind die Zigaretten sozusagen intensivierend für das, was wir da gerade machen. Wir rauchen die Zigaretten auch, wenn wir auf einer Party sind. Da läuft es so eine nach der anderen, die wir da so wegqualmen. Wir rauchen die Zigaretten zum Beispiel auch, wenn wir im Urlaub sind, in besonders schönen Situationen. Man kommt so zum Urlaubsstrand, legt die Füße hoch. Ach, jetzt eine Zigarette. Und dann ist das Gefühl ein wunderschönes. Fällt Ihnen da was auf? Woher weiß ich denn, zu welchen Situationen Sie rauchen? Wir Raucher halten uns doch immer für Individualisten. Kann es sein, dass es bei Rauchern eigentlich immer gleich ist, immer ähnlich? Und warum rauchen wir in diesen Situationen? Ganz einfach, wir machen in diesen Situationen eine Verknüpfung aus der biologischen Seite und der psychologischen Seite. Biologisch kratzen wir uns, weil es uns juckt. Und dieses Kratzen, das verknüpfen wir jetzt mit bestimmten Situationen in unserem Tagesablauf. Wir rauchen immer dann, wenn wir rauchen dürfen und wenn es gerade irgendwie passt. Das Verrückte ist nur, dass wir doch eigentlich immer auf Nikotinentzug sind. Denn sobald wir eine Zigarette ausgedrückt haben, sinkt unser Nikotinpegel nach unten und der Wildschweinwolf fängt an zu betteln. Der Wildschweinwolf will seinen nächsten Schuss Nikotin haben. Wenn der Wildschweinwolf den nächsten Schuss Nikotin hat, dann suchen wir in uns drin nach der nächsten Gelegenheit, wann wir rauchen dürfen, zünden uns dann eine Zigarette an und weil das immer wieder die gleichen Situationen sind, schleifen sich diese Verknüpfungen über die Jahre hinweg ein. Also, wir rauchen zum Beispiel bei Langeweile. Kennen Sie diese Situation? Also angenommen, Sie kommen jetzt irgendwie zu einem, Sie gehen auf den Bahnhof. Gucken wir uns mal so eine Kurve an. Ein Nichtraucher geht zum Bahnhof. Der geht zum Bahnhof, ist einigermaßen auf einem gewissen Aktivitätslevel. Und jetzt stellt er fest, dass der Freund, den er beim Bahnhof abholen möchte, dass dessen Zug eine halbe Stunde Verspätung hat. Was macht der Nichtraucher? Er fährt seinen Aktivitätslevel nach unten und er wartet eine gewisse Zeit. Vielleicht setzt er sich irgendwo hin, liest eine Zeitung oder irgendwie sowas in der Art. Also es ist überhaupt kein Problem für ihn, so lange zu warten, bis der Freund gekommen ist. Wenn der Freund kommt, wenn der Zug angekommen ist, dann schraubt er sein Aktivitätslevel wieder nach oben. Der legt die Zeitung beiseite und er holt den Freund ab. Wie reagiert ein Raucher in der gleichen Situation? Wir Raucher sind schon erst einmal gestresst, wenn wir zum Bahnhof kommen. Meine Güte, was für ein Stress hier. Jetzt hat der Zug auch noch eine halbe Stunde Verspätung. Was brauche ich als Raucher erst einmal? Meine Güte, klar, eine Stresszigarette. Und jetzt darf ich mittlerweile auf den Bahnhöfen nicht einmal mehr rauchen. Das heißt, ich gehe vor das Haus, ich bin vor dem Bahnhof und jetzt rauche ich eine Zigarette nach der anderen. Oder auf jeden Fall so viele Zigaretten, wie ich brauche, um mich einigermaßen wohl zu fühlen. Das heißt, plötzlich spüre ich diese innere Langeweile. Sie ist unangenehm. Ich versuche, dieses Jucken wegzumachen. Und dann, wenn der Freund kommt, dann hole ich ihn vom Bahnhof ab und dann geht es ganz normal weiter. Vorsicht, das ist ein Denkfehler. Rauchen hilft nicht gegen die Langeweile, sondern Rauchen verursacht die Langeweile, weil sie dann, wenn wir Langeweile haben, weil wir dann erst die Entzugserscheinungen spüren. Ein Nichtraucher hat keine Langeweile. Gucken wir uns mal eine andere typische Situation an. Zum Beispiel ein Raucher, der auf einer Party raucht. Ein Nichtraucher braucht das nicht. Ein Nichtraucher, gucken wir uns mal diese Kurve hier an. Ein Nichtraucher geht auf eine Party, die Stimmung steigt. Der Nichtraucher feiert eine gewisse Zeit, bis die Party zu Ende ist. Dann geht der Nichtraucher nach Hause, die Stimmung geht wieder nach unten und dann ist alles okay. Wie reagieren wir Raucher denn, wenn wir auf eine Party gehen? Mal Hand aufs Herz. Wie geht es Ihnen, wenn Sie auf eine Party gehen? Machen Sie nicht auch erst mal Gedanken, ob Sie auf der Party überhaupt rauchen dürfen? Haha. Das heißt, für einen Raucher beginnt die Party erst einmal mit einer Stresszigarette zu Hause. Darf ich eine rauchen oder darf ich keine rauchen? Am besten rauchen wir noch zwei Zigaretten hinterher. Und jetzt haben wir Glück. Jetzt betreten wir diese Party. Und wir betreten diese Party natürlich in einem Raucheraum. Also es darf geraucht werden. Und wenn ein Raucher einen anderen Raum betritt, Sie wissen ja, wie das ist, dann muss er erst einmal eine Zigarette anzünden, weil sonst fühlt er sich unsicher. Der Raucher betritt den Raum mit der einen Zigarette in der Hand, raucht erst einmal eine Zigarette, um sich warm zu rauchen, raucht die zweite Zigarette, um sich warm zu rauchen. So, jetzt schafft es der Raucher auch, in einen Raum hineinzugehen mit lauter fremden Menschen. Also ohne Zigarette wäre er unsicher. Da wüsste er nicht, was die Hände tun sollen mit der Zigarette. Da geht es ihm jetzt gut. Da hält die eine Hand, hält die Zigarette fest. Und erst jetzt schafft er es, den Menschen die Hand zu geben, zu sagen, hallo, grüß Gott, ich bin der Stefan Friedrich, grüß Gott, ich bin der so und so, ich grüß Gott, ich bin der so und so. Das heißt, der Raucher ist sozial unsicher, wenn er einen Raum betritt ohne Zigarette. Jetzt haben wir ja Glück, es darf geraucht werden und es darf getrunken werden. Was passiert, wenn wir trinken? Wenn wir trinken, dann schalten wir hier oben unsere zentrale Steuerung aus. Also wir haben keinen Hemmmechanismus mehr im Kopf und weil Alkohol ja ein Betäubungsmittel ist, dann spüren wir auch nicht mehr, wie übel uns das Rauchen eigentlich tut. Also wie rauchen wir auf so einer Party? Wir rauchen eine Zigarette nach der anderen. Zack, 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 zack. Das Ganze ist eine Kettenreaktion, die so lange andauert, bis die Party zu Ende ist. Sie kennen solche Situationen vielleicht auch von Kneipen. Gehen Sie mal in eine Kneipe und gucken Sie sich mal so einen Kettenraucher an. Oft zündet man sich in so einer Situation eine Zigarette an, obwohl die alte Zigarette noch im Aschenbecher glimmt. Ja, das ist dann so richtig ekelhaft. Also man raucht wirklich Kette wegen dieses Bieres oder wegen des Weines, das man getrunken hat und man spürt nicht mehr, wann genug ist. Aber dann am nächsten Morgen, wenn die Stimmung in den Keller rauscht, dann spüren wir durchaus, dass wir zu viel geraucht haben. Wir stehen auf, wir haben Alkohol getrunken, haben zu viel geraucht. Der Kopf tut uns weh. Ui, ui, ui. Dann wenden wir unseren Kopf, sprechen unseren Lebensgefährten im Bett an. Der wendet seinen Kopf mit Grausen ab, weil er hat das Gefühl, dass er da mit jemandem spricht, der eine tote Ratte im Mund hat. Und dann husten wir erst einmal. Sie kennen diese hässlichen Galertbrocken, die man als Raucher morgens da raushustet. Und was sagen wir dann? Sagen wir, jetzt haben wir zu viel geraucht gestern? Ne, wir sagen, der Alkohol war schuld. Wir haben Kopfschmerzen, weil wir zu viel Alkohol getrunken haben. Es geht uns so richtig mies und vielleicht denken wir auch darüber nach, dass das Rauchen auch eher suboptimal war in dieser Situation. Aber was macht der Raucher, wenn es ihm so richtig mies geht? Er braucht natürlich erst einmal eine Zigarette. Und dann, wenn er diese Zigarette geraucht hat, dann geht der Tag weiter. Merken Sie, dass das ganz absurd ist? Merken, wie sie seltsam das ist? Wir rauchen und denken, wir brauchen die Zigaretten auf den Partys. Dabei ist genau das Gegenteil der Fall. Wir ruinieren unsere Geselligkeit durch dieses Rauchen. Wir fangen einmal damit an, dass wir uns vorher einigermaßen frisch machen. Also Damen parfümieren sich schön ein. Männer mit ihrem Aftershave. Wir gehen unter die Dusche. Wir ziehen uns frische Klamotten an. Und dann zünden wir eine Zigarette an. Und der ganze positive Effekt ist beim Teufel, weil wir wegen dieses Zeugs anfangen zu stinken. So, dann gehen wir auf die Party. Und dann müssen wir auf der Party erst einmal jeden zweiten unsere Hand vor den Mund halten, weil wir haben ein schlechtes Gewissen, weil wir stinken aus dem Mund. Gott, wir brauchen Kaugummis, wir fühlen uns unsicher, wenn wir keine Kaugummis haben. Wenn wir neue Leute kennenlernen, dann wird es unsicher, weil wir wissen nicht genau, sind das Raucher oder sind das Nichtraucher. Das ist eine richtig doofe Situation. Wir fühlen uns da sozial geächtet. Oder kennen Sie diese Partys, wo man als Raucher so sich in diese Küchenpferchen muss oder eben auf die Balkone gehen muss? Oder aber wo der Gastgeber einem so ganz gönnerhaft sagt, ja, weißt du was, bei uns wird draußen geraucht, aber weil du es bist, darfst jetzt auch einmal eine rauchen. Und man zündet sich natürlich keine an, weil man möchte ja nicht sozial geächtet werden. Also das Rauchen ist eine Art soziale Hemmschwelle für uns. Immer mehr, es gibt immer mehr Nichtraucher auf der Welt, warum brauchen wir die Zigaretten noch? Wir fühlen uns doch instinktiv ein bisschen schuldig. Oder stellen Sie sich mal vor, ein Mehrgänge-Menü irgendwo beim Essen. Was macht der Raucher? Der setzt sich doch dahin am Tisch, wo er möglichst schnell aufstehen kann, dass er schnell eine Zigarettenpause machen kann. Der sagt dann nicht, ich gehe aufs Klo oder irgendwas in der Art. Das Rauchen hält uns davon ab, eine gesellige Runde langfristig ertragen zu können. Weil wir nach einer gewissen Zeit dann wieder die nächste Zigarette brauchen. Diese gleiche Kurve gilt natürlich auch bei der Konzentration. Ich hatte früher immer geglaubt, als Raucher bräuchte ich eine Zigarette, um mich konzentrieren zu können. Das hieße ja im Umkehrschluss, dass Nichtraucher nicht richtig denken können. Das ist ja Quatsch. Schauen wir uns auf diese Kurve, schauen wir uns auf dieser Kurve nochmal diese grüne Kurve an. Das ist die Konzentration eines Nichtrauchers. Das heißt, wenn er sich konzentrieren muss, geht die Kurve hoch, dann ist es eine Weile oben, bis die Konzentration zu Ende ist und dann geht es nach unten. Was brauchen wir, Raucher, um uns halbwegs konzentrieren zu müssen? Eine Zigarette. Einfach nur eine Zigarette. Dreck. Weg damit. Werden Sie alles nicht mehr brauchen. Im ungünstigsten Fall eine Zigarette nach der anderen, eine Zigarette nach der anderen, eine Zigarette nach der anderen. Also wir haben irgendein Problem zu lösen und dann gehen wir auf den Balkon und rauchen und rauchen und rauchen und wir denken, im Kopf flutscht es wieder. Dabei ist es in Wirklichkeit genau andersrum. Dabei knallen wir uns einfach nur Kohlenmonoxid, das Atemgas Kohlenmonoxid, hier oben in die Birne hinein. Unsere Arterien bringen sozusagen Kohlenmonoxid-geschwängertes, zähflüssiges Blut ins Gehirn. Wir werden nervös von Zeit zu Zeit und wir müssen Pause machen, um zu rauchen, damit wir uns einigermaßen konzentrieren können. Wenn wir keine Zigarette haben, dann sieht das mit der Konzentration schlecht aus. Und wir können uns unterm Strich immer noch nicht so gut konzentrieren, wie sich ein Nichtraucher andauernd konzentrieren kann. Also was bedeutet das? Zu welchen Situationen rauchen wir? Wir rauchen beim Stress, wir rauchen beim Stau, wir rauchen nach dem Sex, wir rauchen bei Langeweile, wir rauchen, wenn es uns gut geht, wir rauchen, wenn es uns schlecht geht, wir rauchen zur Belohnung, wir rauchen, wenn wir traurig sind, wir rauchen beim TV, wir rauchen beim Telefon, wir rauchen immer. Erstens, wir rauchen aufgrund der Illusion, dass das Rauchen gut tut, obwohl es nur Entzugserscheinungen wegnimmt, die wir als Nichtraucher gar nicht hatten. Zweitens, wir verknüpfen diese Zigaretten mit bestimmten Situationen, in denen wir rauchen dürfen. Und drittens, diese Verknüpfung schleifen wir ein in einer gewissen Gewohnheit. Wenn wir das einmal gemacht haben, dann machen wir es zweimal, ein dreimal, dann viermal, dann fünfmal und dann erinnern wir uns beim sechsten Mal automatisch daran, in so einer Situation zur Zigarette zu greifen und zwar völlig unabhängig davon, ob der biologische Nikotinpegel jetzt oben oder unten ist. Es ist rein die Gewohnheit. Wir rauchen aus Illusionsgründen, aus Verknüpfungsgründen und weil wir eine Gewohnheit geschaffen haben. Eine ganz perfide Gewohnheit, die uns dazu bringt, dass wir täglich 10mal, 20mal, 30mal, 40mal wie ferngesteuert zur Zigarette greifen. Sagen Sie, wer hat denn was davon? Stellen Sie sich mal vor, wir sind biologische, psychologische Wesen, die in einer Taktung à la 45 Minuten immer wieder regelmäßig ein Produkt konsumieren, was ein paar Cent kostet. Stellen wir uns mal die Frage, wer hat da was davon? Drehen wir das mal von der ganzen anderen Seite auf und überlegen wir uns mal, wir wären jetzt Betriebswirte, wir wären schlaue Betriebswirte und wir wollen alle ganz furchtbar reich werden. Und wir bräuchten, damit wir reich werden können, bräuchten wir ein perfektes Produkt. Was ist ein perfektes Produkt? Stellen Sie sich mal bitte vor, Sie haben eine Geschäftsidee, Sie gehen morgen zum Amt, melden Ihr Geschäft an und sagen, ich habe ein perfektes Produkt. Mein perfektes Produkt ist möglichst klein, denn dann kann ich ganz viel davon herstellen. Mein perfektes Produkt ist möglichst billig in der Herstellung, dann kann ich auch wieder viel davon herstellen und teuer im Wiederverkauf. Dann habe ich eine riesen Gewinnmarge. Dieses Produkt, das gibt es auf der ganzen Welt und zwar habe ich einen perfekten Vertrieb für dieses Produkt. Das können wir überall bekommen. Allein in Deutschland haben wir 400.000 Automaten, die dieses Produkt an die Kunden verteilt. Und wissen Sie was? Das Lustige ist, unser neues Produkt, unser neu zu schaffen, das Produkt hätte bereits Millionen von Kunden auf der Welt. Wäre das nicht toll? Und wir haben die perfekten Vertriebsstrukturen, wir bekommen unser Produkt in jeder Tankstelle, in jedem Supermarkt, in jeder Kneipentoilette, an jeder zweiten Häuserecke. Unser Produkt, was wir verkaufen wollen. Super Idee, oder? Jetzt stellen Sie sich mal vor, unsere Kunden, die bräuchten das Produkt nicht nur einmal, sondern die bräuchten das Produkt jeden Tag. Und zwar deswegen, weil sie ein doofes Gefühl bekämen, wenn dieses Produkt zur Neige ginge. Übrigens, das ist die gesamte Geschäftstaktik. Das ist nicht, dass unser Produkt besonders toll ist, sondern die Leute haben einfach nur ein doofes Gefühl, unsere Kunden, wenn das Produkt zur Neige geht. Also was müssten die Kunden machen? Die müssten das Produkt jedes Mal, jeden Tag aus Neue kaufen. Am ersten Tag, am zweiten Tag, am dritten Tag, am hundertsten Tag, am tausendsten Tag, am fünftausendsten Tag. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Wäre das toll? Können Sie sich vorstellen, wie viel Geld jetzt in unsere Taschenflöße? Jetzt hat das Produkt leider einen kleinen Schönheitsfehler. Dieses Produkt ist leider nicht gesund. Und unsere Altkunden, die das seit Jahren konsumieren, dieses Produkt, die würden, ja so ungefähr jeder vierte, würde an diesem Produkt sterben. Das wäre richtig doof. Die Altkunden, die würden das nicht merken, dass wir sie einfach nur für dumm verkaufen wollen und dass wir einfach nur ihr Geld haben wollen. Die kaufen das und die konsumieren das schließlich, um sich normal zu fühlen. Aber weil sie sterben, bräuchten wir Neukunden. Im Idealfall bräuchten wir besonders naive Neukunden, vielleicht junge Neukunden. Und diese jungen Neukunden, die würden natürlich von den Altkunden gewarnt werden. Die würden sagen, pass mal auf, fang gar nicht erst an mit diesem Produkt, Finger weg, denn du wirst von diesem Produkt abhängig. Und weil die Neukunden denken würden, na Quatsch, ich lasse mich doch nicht abhängig machen, ich bin doch ein ganz Schlauer, ich doch nicht, doch nicht mit mir, würden die vielleicht versuchen, dieses Produkt zu konsumieren. Aber damit ich die dazu bekomme, dass sie das Produkt konsumieren, muss ich sie erstmal ein bisschen mit der Nase darauf stoßen. Und wie mache ich das? Das mache ich mit Werbung. Werbung und PR. Und mit dieser Werbung und PR erzähle ich meinen naiven Neukunden, in diesem Falle Kindern und Jugendlichen, dass man sich mit meinem Produkt ganz besonders toll fühlt. Du brauchst unbedingt mein Produkt, dann bist du ein super schickes Mädel, dann bist du ein super schicker Kerl, dann bist du richtig cool, weißt du was. Und dann fangen die Neukunden an, mein Produkt zu konsumieren. Sie sind süchtig geworden, ja, und ich bin bis zum Rest meines Lebens reich. Das perfekte Produkt, klein, billig herzustellen, teuer wieder zu verkaufen, weltweit viele Millionen Kunden, jeden Tag neu, die Altkunden sterben weg, die Neukunden sind so naiv, dass sie den Mechanismus nicht durchschauen. Also, langer Rede, kurzer Sinn, wir werden reich, wenn wir Zigaretten verkaufen. Und wie wirkt Zigarettenwerbung? Die Zigarettenwerbung ist der Einstieg in die Sucht. Jetzt mag der eine oder andere von Ihnen vielleicht denken, meine Güte, Zigarettenwerbung, was erzählt der da? Auf mich wirkt doch Zigarettenwerbung nicht. Vorsicht. Vielleicht kennen Sie die Geschichte von Ivan Petrovich Pavlov. Ivan Petrovich Pavlov war ein russischer Forscher und der hat diesen berühmten Versuch gemacht, dass er Hunde gefüttert hat. Und jedes Mal, bevor er die Hunde gefüttert hat, hat er mit einer Glocke geläutet. Er hat also so gebimmelt und dann hat er die Hunde gefüttert, gebimmelt und hat die Hunde gefüttert. Und die Hunde haben jetzt gelernt, jedes Mal, wenn es irgendwo da bimmelt, dann kriegen sie gleich was zu fressen. Und was ist passiert? Die Hunde haben jedes Mal das Sabbern angefangen, sobald sie diese Glocke gehört hatten. Also bimmel, bimmel, sabber, sabber, bimmel, bimmel, sabber, sabber. Der Pavlov hat im Kopf der Hunde zwei Dinge miteinander verknüpft, die überhaupt nichts miteinander zu tun hatten. Nämlich Glocke läuten und fressen. Hand aufs Herz. Bei welchen Situationen fangen wir Raucher denn an zu sabbern? Bei welchen Situationen setzt unser innerer Bimmel-Sabberreflex an? Es ist zur Beruhigung, es ist beim Stress, es ist bei Langeweile, es sind schöne Situationen beim Stau, beim Kaffee trinken, am Morgen, beim Mittagessen, zur Entspannung und so weiter und so fort. Wir haben lauter so Verknüpfungen im Kopf, die uns sagen sollen, jetzt ist eine Zigarette wertvoll. Wie kommen solche Verknüpfungen zustande? Ganz einfach durch Vorbilder. Wir machen ja schließlich etwas nach, was uns andere vormachen. Und jetzt überlegen wir uns einmal, welche Vorbilder hatten so ein junger innerer Schweinehund, so ein Babyschweinehund, ein Ferkelwelpe, wenn er so aufwächst in unserer Welt. Und da erinnern wir uns mal an diese ganzen Medienhelden, denen wir so begegnen. Von James Bond über die schicke Blondine bis hin zum mondänen, superlässigen Typen. Der Rockstar. Alle rauchen sie. Wir sind in einer Welt groß geworden, in der unsere Vorbilder Raucher waren. Das war so normal wie das Autofahren, so normal wie sich an einem schönen sonnigen Nachmittag in einen Liegestuhl zu setzen, so normal wie am Samstagabend Fußball zu gucken. Tja, wenn diese Rauchervorbilder allerdings alle rauchen, dann hat das ein kleines Problem. Denn unser innerer Schweinehund macht nun einen Umkehrschluss. Der will so sein wie die Helden und denkt nun, um so zu sein wie die Helden, muss er sich nur eine Zigarette anstecken und dann ist er schon ein ganz toller Typ. Das bedeutet ja umgedreht, dass man junge Ferkelwelten, junge Typen, junge innere Schweine dazu bringen kann zu rauchen, wenn man die Helden absichtlich rauchen lässt. Das ist die sogenannte PR-Wirkung. Also wenn ich PR-trächtig, Public Relations-trächtig, bekannte Persönlichkeiten rauchen lasse, dann ist die Wirkung auf junge Leute extrem hoch. Wir haben uns dann mal überlegt, ob man das nicht irgendwie nachvollziehen kann, was die Tabakindustrie da macht. Und Sie kennen sicherlich alle hier diesen großen Helden hier, das ist der Sylvester Stallone. Sylvester Stallone ist bekannt durch Filme wie Rocky oder wie Rambo, wo er als Held die bösen Leute tothaut oder totschlägt oder wie auch immer. Und wenn jetzt Jugendliche ins Kino gehen, dann finden sie das in der Regel ganz, ganz toll, was der da macht. Vielleicht gehen Sie ja auch ganz gerne ins Kino, gucken sich so einen Film an oder Sie haben das früher getan. Was jetzt passiert ist, dass unsere inneren Schweinehunde, also die inneren Schweinehunde des Sylvester Stallone-Fans, das, was der tut, gut finden. Und das in Folge des Nachmachen. Also wäre es doch zum Beispiel von der Tabakindustrie eine gute Gelegenheit, Geld zu verdienen, wenn man es schaffte, diesen Sylvester Stallone irgendwie einzukaufen. Wir sind dann mal ins Internet gegangen und haben ein bisschen recherchiert und haben ein total spannendes Dokument gefunden. Das sehen Sie hier. Dieses Dokument ist ein Brief von Sylvester Stallone an eine Film-Promotion-Firma. Und hier steht, lieber Bob, wie besprochen, garantiere ich, dass ich Brown & Williamson Tabakprodukte in nicht weniger als fünf Filmen verwenden werde. Nach meinem Verständnis zahlt mir dafür Brown & Williamson 500.000 Dollar. Ich hoffe, ich höre bald von dir Sylvester Stallone. Merken Sie den Trick? Es wird Geld dafür bezahlt, dass Sylvester Stallone in seinen Filmen rauchen lässt. Das heißt, dass hier geraucht wurde, das war eine halbe Million Dollar wert 1983. Jetzt frage ich mich natürlich, wie viel das heutzutage wert ist, wenn heute in Filmen die Leute rauchen. Ich kenne ein paar Leute, die wissen ganz genau, dass man in der Fernsehindustrie recht häufig, zum Beispiel hier in Deutschland, Geld vom Verband der Zigarettenindustrie bekommt, wenn man in seinen Filmen rauchen lässt. Also wie viel PR, wie viel Sponsoring steckt denn dahinter, wenn sich unsere Helden in den Filmen Zigaretten anzünden? Ich frage mich seitdem, warum Stars rauchen und ich bin da jetzt seitdem immer sehr kritisch, wenn ich irgendwo in einer illustrierten oder irgendwo auf einer Plakatwand einen berühmten Star rauchen sehe. Ich schätze, da bekommen wir noch mehr Geld dafür, außer Sylvester Stallone. Wie funktioniert Zigarettenwerbung? Sie erinnern sich daran, Werbung ist auch ganz einfach. Wir müssen unserem inneren Schweinehund einfach nur ein bisschen Appetit auf ein Produkt machen. Und wir verknüpfen sozusagen jetzt ein Produkt oder eine besondere Marke mit einer schönen Situation. Dieses verbringen wir jetzt gemeinsam zusammen. Und dann denkt unser innerer Schweinehund, oh, dieses Produkt gehört genau zu der Situation. Und je öfter wir das jetzt sehen, desto mehr glaubt unser innerer Schweinehund, dass dieser Reiz und das Produkt zusammengehören. Machen wir mal so einen kleinen Ausflug in die Werbegeschichte. Fangen wir mal an bei den 50er Jahren in Deutschland. 50er Jahre in Deutschland. Wir machen eine kleine Zeitreise. Erinnern Sie sich bitte, der Zweite Weltkrieg ist gerade beendet gewesen. Man ist am Beginn des Wirtschaftswunders. Man arbeitet für eine bessere Zukunft. Die Deutschen gönnen sich wieder Luxus. Man denkt, the sky is the limit. Wir arbeiten uns wieder nach oben. Wie sieht damals die Zigarettenwerbung aus? Sie sehen jetzt hier ein Werbeplakat von der Marke Peer Deluxe. Und auf diesem Werbeplakat drauf sehen Sie jetzt hier eine schicke Dame, einen schicke kleidenden Herrn. In einer luxuriösen Umgebung. Und was tun die? Die rauchen Peer Deluxe. Der Mechanismus ist klar. Stimulus, das was es auslösen soll. Dieser Luxusaspekt mit der Zigarette zusammen bedeutet Zigarette gleich Luxus. Unser innerer Schweinehund denkt, das gehört zusammen. Wenn wir Luxus wollen, wollen wir auch rauchen. Eine ganz andere Zigarettenmarke in den 50er Jahren ebenso bekannt. Das ist die Alice gewesen. Und wie Sie jetzt hier sehen, das ist ein ganz anderes Motiv. Hier steht Alice, der Whisky unter den Zigaretten. Was lernt unser innerer Schweinehund? Erstens mal war das Rauchen damals noch etwas, was viel häufiger war. Und vor allem für echte Kerle galt. Und echte Kerle haben Whisky getrunken. Das heißt, der innere Schweinehund lernt, wenn du Alice rauchst, bist du ein echter Kerl. Und er lernt aber auch, Rauchen gehört zum Alkoholtrinken dazu. Also ich weiß auch nicht, immer wenn ich Alkohol trinke, muss ich dazu rauchen. Woher kommt das? Ja, das kommt durch solche Motive. Gucken wir uns mal ein anderes Motiv an. Das ist hier das HB-Männchen. Vielleicht erinnern Sie sich noch daran. Das war ganz unheimlich, das war ganz bekannt. Dieses HB-Männchen, das ist immer furchtbar sauer geworden, wenn es keine Zigaretten hatte. Das war so ein kleiner Choleriker. Hier sehen Sie jetzt in dieser Szene, wie dieses HB-Männchen jetzt wütend wird, weil ein Telefon daneben klingelt. Also, tatsächlich ein Choleriker. Wer wird schon wütend, wenn ein Telefon klingelt? Aber, was passiert jetzt in unserer Geschichte, wenn wir das weiterdenken? Das HB-Männchen bekommt jetzt eine Zigarette und das HB-Männchen beruhigt sich durch die Zigarette. Welchen Umkehrschluss machen wir im Kopf? Wir denken jetzt, das Rauchen beruhigt. Aber was passiert in Wirklichkeit? In Wirklichkeit nimmt diese Zigarette dem HB-Männchen einfach nur einen Entzug weg, den ein Nichtraucher überhaupt gar nicht hätte. Hätte diese Zigarette eine Wirkung auf Nichtraucher? Nein, gar keine, außer dass einem schlecht und schwindelig würde. Aber was lernen wir Konsumenten? Wir Konsumenten, wir lernen ganz selbstverständlich, ja, Zigaretten beruhigen uns. Das kriegen wir in allen Ecken und Enden beigebracht durch solche Werbung. Gehen wir mal ein Jahrzehnt weiter. Gehen wir mal in die 60er Jahre. 60er Jahre, das war ein Jahrzehnt, in dem es uns schon deutlich gut ging und in dem die Zigarettenwerbung, in dem die Zigarettenstrategien so richtig professionell wurden. Beispielsweise war es ein Jahrzehnt, in dem die Marke Marlboro sehr intensiv gepusht und unterstützt wurde. Marlboro übrigens war ursprünglich erst eine Frauenzigarette konzipiert worden. Also für Sie, all die Männer, falls Sie jetzt eine Zigarette rauchen, die Marlboro heißt, Sie rauchen eine ursprüngliche Frauenzigarette. Ja, und dann hat man festgestellt, dass der Markt unter weiblichen Rauchern nicht so groß ist wie der unter männlichen. Und dann hat man sich überlegt, ich muss jetzt irgendwie die Männer zum Rauchen bringen. Wie hat man das gemacht? Durch Männermotive, wie jetzt dieses Männermotiv hier beispielsweise. Sie sehen da einen richtig coolen Kerl, der guckt so in die Kamera, wenn Sie mich fragen, ich rauche Marlboro. Der trägt den Anzug, das ist sicherlich ein Chef, hinter ihm ist wahrscheinlich seine Sekretärin. Der ist fortschrittlich, der hat in den 60er Jahren schon ein Diktiergerät in der Hand. Was lernt unser innerer Schweinehund? Der lernt, Rauchen ist was für Chefs. Rauchen ist was für Menschen, die was zu sagen haben. Rauchen ist eine ganz tolle Geschichte. Wenn Sie mich fragen, ich rauche Marlboro, also wenn ich was zu sagen haben will, was muss ich dann rauchen? Marlboro. Gucken wir uns ein anderes Produkt an, eine völlig andere Zigarette. Ganz andere Masche. Kurier. Kurier, sehen Sie hier ein Motiv, hier steht Kreativität. Also das hat nichts mehr mit diesem schicken Anzugträger zu tun, wie da drüben, sondern hier geht es jetzt um eine Kneipenszene. Hier wabert die Luft vor Rauch. Und die Menschen, die spielen hier Trompete, die machen hier Musik. Das wirkt so ein bisschen locker. 60er Jahre. Völlig andere Zielgruppe als das da drüben. Der Schweinehund, der das hier toll findet, der lernt durch dieses Plakat, hey, du bist so ein richtig Lockerer, der abends in den Kneipen abhängt und der sich's gut gehen lässt. Außerdem bist du ein Kreativer. Kreative Menschen müssen rauchen. Kreative müssen rauchen. So, das ist dieses Werbeplakat. Übrigens, meine Lieblingswerbung, die war ja damals immer die Goulois-Werbung. Goulois, die hatten ganz tolle Motive. Zum Beispiel dieses Motiv hier. Lassen Sie das mal auf der Zunge zergehen, wie das hier aussieht. Wir sehen hier einen jungen, gutaussehenden Mann, der mit hochgekrempelten Ärmeln auf einem Segelschiff sitzt. Ein tolles Motiv. Freiheit, Abenteuer. Wir haben hier alle Klischees in dieses Bild hineingepackt. Und was sehen wir da noch? Wir sehen da eine nackte Frau. Die nackte Frau, die wendet sich ihm ab. Und es erscheint auf uns so, als müsste der sich nur umdrehen. Und die Frau sagen so, her pfeifen, so bup, komm mal ein bisschen her. Und dann hätte er mit dieser Frau irgendeine nette Art von Zusammenkunft. Nein, der ist viel zu cool dafür. Der hat da die Dinge voll im Griff. Der bespielt da gerade mit irgendwelchen Tauen rum. Blickt in die Ferne. Sieht richtig toll aus. So ist doch ein echter Mann. Was lernt unser innerer Schweinehund bei so einem Bild? Der innere Schweinehund lernt jetzt, das Rauchen ist was für echte Kerle. Das Rauchen ist was für Freiheitsliebende. Das Rauchen ist was für Männer, denen die Frauen zu Füßen liegen. Und der Raucher, der hat die Dinge immer voll im Griff. Der innere Schweinehund lernt nicht, dass Rauchen impotent macht. Der innere Schweinehund lernt nicht, dass Raucher permanent nervös sind. Nein, das gesamte Gegenteil. Gucken wir uns mal diese Werbung an. Ich finde die total genial. Also meine Lieblingswerbung wäre das damals gewesen. Ich hätte mich komplett damit identifiziert. Gehen wir mal weiter. Ein Jahrzehnt weiter. 70er Jahre. Hier sehen Sie eine ganz spannende Werbung von der Marke Milde Sorte. Milde Sorte. Es ist sowieso seltsam, dass Zigaretten mild heißen. Geben Sie mal einem Nichtraucher eine milde Zigarette. Der wird genauso husten müssen wie bei anderen Zigaretten. Aber wir sehen hier eine wunderschöne Frau drauf. Also eine Frau, die in den 70er Jahren das 70er Jahre Schönheitsideal getroffen hätte. Sie sah vielleicht so ein bisschen locker, linkslastig aus. Man hat so die Gesellschaft hinterfragt. Man hat viel diskutiert. Und jetzt achten Sie auf diesen Textblock auf der linken Seite. Hier ist ein Text, der Ihnen beschreiben soll, oder der Ihnen beschreibt, was diese Frau so in ihrem Alltag erlebt. Ja, die zum Beispiel, die wollte mal eine Malschule im Kindergarten aufmachen, hat sich nicht getraut, hat sich dann schließlich doch dazu überwunden. Jetzt ist sie da im Kindergarten. Die diskutiert dort viel mit anderen Eltern. Sie ist unheimlich froh, dass sie sich das getraut hat, diese Aufgabe zu übernehmen. So eine richtig schöne Herzschmerz-Story im ganzen großen ersten Kapitel. Bimmel, 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 Bimmel. Womit wird das verknüpft? Im letzten Absatz steht, warum ich milde Sorte rauche? Weil sie so leicht ist und angenehm schmeckt. Bimmel, Bimmel, sabber, sabber. Und was lernt unser innerer Schweinehund schon wieder? Der lernt, dass junge, schicke, kritische, weltoffene Frauen, die viel diskutieren, die sich überwinden, dass die rauchen müssen. Und dann können sie besonders froh sein, zu den Rauchern zu gehören, denn dann sind sie erfolgreich. Und wir lernen nebenbei noch, dass es milde Zigaretten gibt, die schmecken sollen. Sie wissen mittlerweile alle, dass Zigaretten nicht schmecken, sondern dass wir mit diesen Zigaretten nur einen Entzug beseitigen, den der Nichtraucher nicht hat. Zigaretten schmecken nicht. Hier steht, Zigaretten schmecken. Gehen wir zur nächsten Werbung. Hier sehen Sie eine Werbung von Stäufelsand. Und Sie sehen ein Urlaubsmotiv. Da hängt man locker in den Hängematten herum. Man erlebt die Welt so richtig schön. Dann steht da mehr Erleben. Was lernt unser innerer Schweinehund? Günther lernt jetzt, ja, Zigaretten gehören zum Urlaub, Zigaretten gehören zu Erlebnissen, Zigaretten gehören zur Entspannung. Und wir reagieren, wenn wir zum Urlaubsstrand kommen. Das allererste ist, wir setzen uns in den Liegestuhl, suchen nach der Zigarette. Dann erst ist der Urlaub schön. Eine besonders schöne Werbung ist auch hier diese Camel-Werbung. Die gefällt mir. Ich gehe meilenweit für Camel-Filter. Jeder Raucher würde meilenweit gehen von der Zigarette, wenn er keine mehr hat. Stellen Sie sich bitte vor, Sie wachen nachts um drei auf. Sie wollen eine Zigarette haben, Sie haben keine. Sie laufen fünf Kilometer bis zur nächsten Tankstelle, um eine zu bekommen. Und dieser hier, der macht das seit Ewigkeiten. Wir sehen, der hat schon so einen durchgewetzten Schuh hier. Und der scheint andauernd nach diesen Zigaretten zu laufen. Was allerdings kein Mensch weiß, das Model, was hier dargestellt ist, das war sein Leben lang Nichtraucher. Der gute Mann, der hat in den 70er Jahren ein Heidengeld damit verdient, dass er den Camel-Mann gemimt hat mittlerweile. Oder immer noch ist er bekennender Nichtraucher und hat mit den Zigaretten überhaupt nichts zu tun. Aber was lernt unser innerer Schweinehund? Der lernt, die Zigaretten sind so viel wert, dass wir ganz furchtbar viel für sie laufen würden. Der lernt, dass das Zigarettenrauchen zu Abenteurern gehört. Der lernt, dass die Abenteurer, die sich am Ende doch durchsetzen, richtig coole Gesellen sind. Gehen wir mal weiter in die 80er Jahre. Wie sah die Zigarettenwerbung in den 80ern aus? Sie sehen jetzt hier eine Zigarettenwerbung von L&M. Vielleicht kennen Sie die noch. L&M, das war so eine Marke, die haben damals besonders häufig Bruce Springsteen-Fans geraucht. Kennen Sie sich noch an Bruce Springsteen erinnern? Born in the USA, dieser Ohrwurm, den er da gesungen hat. Und was sehen wir hier als Motiv? Eine starke Zigarettenschachtel haut es durch eine Wand durch. Da steht Born in the USA. Und was passiert in unserem Kopf, in unserem Raucherkopf? Wir lernen wieder, Zigaretten, das ist etwas für Rocker. Born in the USA, Bruce Springsteen. Zigaretten sind etwas für durchschlagskräftige Typen, für Menschen, die mit dem Kopf durch die Wand gehen und die kriegen, was sie haben wollen. Außerdem etwas für USA-Fans. Was steht auf diesem Werbeplakat nicht? Da steht nicht, dass die Raucher in der Regel vor lauter Angst es nicht schaffen, mit dem Rauchen aufzuhören. Da steht nichts davon, dass Raucher auf der Treppe japsen, dass sich Raucher unsicher fühlen ohne Zigaretten, dass sie diese Dinger brauchen. Es wird genau das Gegenteil beigebracht von dem, was eigentlich Realität ist. Genauso wie bei dieser Zigarettenmarke hier. Das ist die Ernte. Wir sehen hier bei dieser Ernte ein lockeres Motiv von einem gut aussehenden Juppie-Typen, der sich relaxt, nach hinten lehnt, der ganz offensichtlich das gute Wetter genießt. Der hat eine Sonnenbrille auf. Oh, wie schön. Schön. Er trägt eine Krawatte, er trägt ein Hemd. Er hat offensichtlich beruflichen Erfolg. Das ist richtig klasse. Ja, dem geht es definitiv gut. Und was macht er noch hier? Was sehen wir hier noch? Er trinkt einen Kaffee. Was lernt unser innerer Schweinehund? Der innere Schweinehund lernt jetzt. Rauchen gehört zum Erfolg. Raucher sind besonders locker. Rauchen gehört zum Sommer. Rauchen hat was mit frischer Luft zu tun. Rauchen gehört zum Kaffee. Und Rauchen entspannt. Das ist geheime, reine Gehirnwäsche. Unser innerer Schweinehund verknüpft wieder Dinge, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Zur nächsten Zigarettenwerbung. Das ist auch besonders toll. Sie sehen hier Prinz, Prinz, Dänemark. Der Geschmack des Nordens. Und hier unten steht voll würzig Männersache. Sie können also davon ausgehen, dass der typische Prinz-Dänemark-Raucher nicht unbedingt unter feministisch angehauchten Frauen zu suchen ist. Also alles einfach nur eine Zielgruppenwerbung, die Ihnen beibringen soll, dass diese Zigarettenmarke genau auf Sie passt. Und wenn es nicht auf Sie passt, dann passt es vielleicht auf Sie oder auf Sie oder auf Sie. Je nachdem, welche Marken wir da jetzt haben. Gehen wir mal weiter. Wie sah die Zigarettenwerbung in den 90er-Jahren aus? Hier sehen wir wieder eine Marlboro-Werbung. Marlboro, ein wunderbares Motiv. Wir sehen hier die reitenden Cowboys. Das kennen wir alle. Und man müsste hier oben gar nicht diesen Schriftzug Marlboro draufschreiben. Wir erkennen allein anhand der Farbgestaltung des Bildes, dass es sich hierbei um Marlboro handelt. Dabei ist dieses Motiv eigentlich ganz harmlos. Hier reiten drei Cowboys und unterhalten sich. Und eigentlich könnte das auch eine Werbung für den Ponyhof sein. Durch die Farbgestaltung ist uns allerdings klar, dass es sich um Marlboro-Werbung handelt. Eine andere Zigarettenmarke, die auch richtig erfolgreich war, das ist zum Beispiel hier die Drum. Wenn Sie mir damals gesagt hätten, Raucher rauchen, weil sie sich von der Werbung für dumm verkaufen lassen, dann hätte ich gesagt, pardon. Ich hätte nicht durchschaut, dass hier drüben bei der Marlboro-Werbung mir beigebracht wird, dass Marlboro-Rauchen etwas für Abenteurer ist, für richtige Reiter, für echte Kerle. Ich hätte gedacht, ich bin doch überhaupt keine Zielgruppe. Mir geht es doch prima. Nein, schauen wir uns mal dieses Motiv hier an. Die Drum, da steht Drum Your Own The Rhythm. Trommle deinen eigenen Rhythmus. Das ist eine Werbung für Individualisten. Was ich dazu sagen muss, ich hatte damals zu den Zeiten, als ich hier raus hatte, hatte ich ganz lange dunkle Haare und ich habe mich als Individualist gefühlt. Und wenn ich damals eine Marke richtig gut gefunden habe, dann war es unter anderem diese Drum, weil sie sich nämlich an Individualisten richtete. Selbstgedrehter Tabak. Das heißt, auch ich war ein ganz normales Marketingopfer. Hier sehen wir auch eine ganz tolle Werbung. Hier sehen wir eine West-Werbung. Was steht hier bei dieser West-Werbung drauf? Da steht, dass Frauen, also erst einmal steht hier, Frauen rauchen. Also nicht nur Männerwerbung, auch Frauen rauchen. Und Frauen, die West rauchen, die probieren gerne öfter mal was Neues aus. Die sind richtig locker drauf. Die sind irgendwie schick. Die gehen auch ganz offen auf irgendwelche seltsamen Bodybuilderinnen zu. Tolle Typen. Was lernt der innere Schweinehund? Frauen rauchen. Frauen probieren gerne mal was aus. West-Raucher sind besonders locker. Und jetzt eine ganz besonders gemeine Werbung. Sie sehen hier eine Werbung. Das ist eine R1-Werbung. Bitte beachten Sie mal dieses Motiv. Sie sehen hier eine schöne, junge, gut aussehende Frau. Die ist Anfang 20, wenn überhaupt. Die ganz entspannt eine Zigarette raucht. In die Kamera oder ins Publikum lächelt. Und darunter steht der Spruch, ich rauche gern. Diese Werbung ist genial. Warum ist die genial? Stellen Sie sich mal bitte vor, Sie sind weiblich. Sie sind Mitte 50. Das Leben hat die ersten Gebrauchsspuren an Ihrem Gesicht hinterlassen. Sie gehen zum Arzt. Und der Onkel Doktor sagt Ihnen, weißt du was, Mädchen, du solltest aufhören zu rauchen. Du kriegst einen Lungenkrebs. Und deine Lunge, die hört sich jetzt schon so ein bisschen brodelnd an. Außerdem bist du vielleicht noch infarktgefährdet. Es tut dir nicht gut, höre auf zu rauchen. Wie reagiert die Frau? Die geht aus der Praxis nach draußen und denkt sich erst einmal, der Arzt hat mir gesagt, die solle aufhören zu rauchen. Was passiert damit? Jetzt steigt der Stresspegel. Was braucht der Raucher, wenn er Stress hat? Er braucht eine Zigarette. Und sie kämpft mit sich und sie will eigentlich nicht rauchen. Und dann läuft sie, dann läuft sie an diesem Werbeplakat vorbei. Und hier steht, ich rauche gern. Der innere Schweinehund sieht, ich rauche gern. Er hat sofort eine Ausrede. Sie greift in die Jackentasche, holt eine Zigarette hervor, zündet sich die an und ihr geht es wieder gut. Sie raucht schließlich gern. Und was ist passiert? Und ich kann Striche sie einfach nur dem Einfluss einer indirekten Manipulation erlegen, der ihr sagt, pass mal auf, Raucherinnen sind jung, sind schick, so wie du früher warst. Aber das hat nichts mit uns zu tun. Erinnern wir uns daran, dass die meisten Zigarettenwerbungen nur lauter gesunde, junge Menschen zeigen. Und die meisten Raucher sind ab einem gewissen Alter alles andere als jung und alles andere als gesund. Gehen wir mal weiter. Wie sieht die Zigarettenwerbung in den 2000er Jahren aus? Hier haben wir eine ganz tolle Davidoff-Werbung. Was steht hier drauf? Welche Botschaften sendet dieses Werbeplakat? Hier steht, Raucher sind extrem cool, die haben die Welt gesehen. Raucher sprechen Englisch, Nichtraucher sind blöd genug, dass sie nicht einmal Englisch sprechen können. Das ist was richtig Luxuriöses. Zielgruppe Luxus. Eine andere Zielgruppe. Hier haben wir die Marke Club. Ostteil Deutschlands hat häufig ja mal ein Identitätsproblem. Was machen wir also? Wir müssen ihnen eine Zigarettenmarke wiedergeben, die sie früher gehabt haben. Das stellen wir einfach hier dar als der Held der Arbeit. Wir kokettieren ein wenig mit der Vergangenheit, lassen da irgendein Model eine Zigarette rauchen und was passiert im Kopf der Leute beziehungsweise in ihrem Bauch? Der innere Schweinehund sagt, jawohl, das ist meine Zigarettenmarke. Eine andere Zigarettenmarke. Hier sehen wir eine schöne Gouloise-Werbung. Gouloise mit einem seltsamen Motiv. Hier geht ein Mensch mit seinem Hund im Pyjama nachts Gassi. Und direkt daneben sehen Sie eine junge Frau mit einem Menschen am Arm, mit einem Mann am Arm und sie dreht sich nach ihm um und denkt sich, meine Güte, mit dem würde ich jetzt gerne Gassi gehen oder irgendetwas anderes machen. Mit ihm würde sie auf jeden Fall etwas lieber tun als mit ihrem aktuellen Begleiter. Was lernt dadurch wieder unser innerer Schweinehund? Der lernt, Raucher haben Erfolg bei den Frauen. Der sagt, Raucher sind solche Individualisten, dass sie einfach nachts mit dem Hund Gassi gehen und sich nicht mal irgendetwas darum scheren, dass sie ein Pyjama tragen. Was lernt unser innerer Schweinehund? Lauter Quatsch. Wir könnten auch sagen, der Raucher, der hat in der Nacht festgestellt, dass er keine Zigaretten mehr hatte und er musste im Pyjama rausgehen und musste sich Zigaretten holen. Und was sehen wir hier? Hier sehen wir eine Polo-Werbung. Schöne Zigarettenmarke, vor allem ein schönes Motiv. Ein nacktes Pärchen am Pool. Was bringt das unserem inneren Schweinehund bei? Raucher haben Erfolg beim anderen Geschlecht. Raucher haben Sex. Und was sehen wir hier für eine lustige Zigarettenmarke? Lucky Strike. Hier steht, keine Sorge, keine Panik, wer keine Falten hat, hat nichts erlebt. Das heißt, diese Werbung bringt uns bei, dass die Raucherfalten natürlich seien. Aber das ist Quatsch. Bitte lassen Sie die Falten, die Sie haben, weiterhin Ihr Leben schreiben und nicht durch die Zigaretten kommen. Finger weg von den Zigaretten, das sind Faltenmacher. Und was sehen wir hier als letztes großes Werbeplakat? Hier sehen wir eine ganz tolle Idee, eine F6, die dargestellt ist durch dieses kleine Paket hier unten am Tisch. Und was sehen wir als Motiv? Hier sehen wir lauter Milchkaffees nebeneinander und eine Zigarette. Was bringt uns diese Werbung jetzt hier bei? Die Werbung suggeriert uns, Rauchen sei etwas für die Gesellschaft. Rauchen gehört zum Kaffee. Und Raucher haben sich alle gern. Raucht doch einfach F6. Ich denke, es ist klar geworden, wie diese ganzen Mechanismen ineinander greifen, wie diese Gehirnwäsche funktioniert. Warum rauchen wir also unterm Strich? Wir rauchen, damit wir Sex haben, damit wir Spaß machen, damit es uns besser geht, damit wir besser aussehen, damit wir Erfolg beim anderen Geschlecht haben, dass wir uns besser konzentrieren können, weil es zur Stimmung gehört und so weiter und so fort. In Wirklichkeit plappert unser innerer Schweine und einfach nur die Werbung nach. Wir plappern das nach, was die Werbung uns vorplappert. Die Werbung knüpft diese ganzen Verknüpfungen zwischen verschiedenen Aussagen und irgendeinem Quatsch von Zigaretten. Also das, was die Werbung machen soll, die verknüpft einfach nur so bestimmte Nikotinbollen hier mit irgendwelchen Werbeaussagen und wir denken nun, wir rauchen die eine Marke oder die andere Marke aus irgendwelchen Gründen, die kompletter Quatsch sind. In Wirklichkeit wollen wir nur an das Nikotin geraten und wir haben uns ein klein wenig für dumm verkaufen lassen. Wir sind Opfer einer systematischen Gehirnwäsche geworden, die unterm Strich einfach nur einen einzelnen Zweck hat, uns weiterhin nikotinsüchtig sein zu lassen. Aber jetzt Achtung, drehen wir das doch mal bitte um. Was macht die Tabakwerbung und was machen PR? Die verknüpfen zum Beispiel Tabak mit Konzentration. So ein Blödsinn, wir sind doch ohne Zigaretten ständig abgelenkt, oder? Tabak und Beschäftigung? Ich bitte Sie, der Raucher braucht eine Zigarette, damit er sich beschäftigen kann. Ohne Zigarette kann er sich nicht beschäftigen. Tabak und Entspannung? Hallo, Moment, wir kriegen Panik ohne die Zigaretten. Raucher können ohne Zigarette nicht entspannen. Sind Raucher cool? Ich bitte Sie, gucken Sie doch mal 16-Jährige an. Wir sehen den 16-Jährigen aus, sind die cool? Nein, die möchten doch in den Arm nehmen und möchten ihnen sagen, keine Sorge, du wirst schon noch erwachsen, du brauchst dafür keine Zigaretten. Gehört Rauchen zur Persönlichkeit? So ein Blödsinn. Die Persönlichkeit, das sind doch die Menschen, die mit dem Rauchen wieder aufgehört haben, nicht diejenigen, die weiter rauchen. Gehört Rauchen zum Erfolg? Ha, ha, ha. Ein Erfolg wäre es, die Dinger loszuwerden. Die meisten Raucher, die ich kenne, sind alles andere als erfolgreich. Gehört Rauchen zum Pause machen? Blödsinn. Wir machen die Pause, damit wir rauchen können. Weil wenn wir keine Pause machten, dann würde unser Wildschweinwolf so laut werden und dass wir uns gar nicht mehr konzentrieren könnten. Gehört Rauchen zur Selbstbestimmung? So ein Blödsinn. Wir sind nicht selbstbestimmt. Das ist eine Zwangshandlung. Rauchen ist eine Zwangshandlung. Wir sind sowas von manipuliert wie niemand anderes sonst auf dieser Welt. Und ist das Rauchen ein Geschmack? Quatsch. Dieser Geschmack ist eine Illusion. Sie erinnern sich daran, das ist ungefähr so, als ob wir uns absichtlich in die Wange kneifen, weil es so viel Spaß macht, anschließend wieder loszulassen. Wir werden unterm Strich einfach nur für dumm verkauft. Der einzige Sinn und Zweck von dieser ganzen Werbeorgie ist, dass wir das tatsächlich glauben. Dass wir tatsächlich glauben, es soll zur Entspannung gehören, zum Kaffee gehören, zur Gemeinschaft gehören, zur Geselligkeit gehören, zum Alkohol gehören und so weiter und so fort. Und wir sind so brav und machen einfach mit. Und es gibt es ja Menschen, die so eine Raucherlogik in irgendeiner Form anwenden, die so Sprüche bringen wie, ja, irgendjemand muss ja schließlich Steuern zahlen. Ich bitte Sie, wenn Sie gerne Steuern zahlen, dann kaufen Sie auch in Zukunft Zigaretten, aber bringen Sie sich da bitte nicht damit um. Andere Leute sagen, Raucher sind interessant. Also ich finde die Menschen interessanter, die es geschafft haben, mit dem Rauchen aufzuhören. Vielleicht war das damals so, dass wir als Raucher so diejenigen waren, die mal die Grenzen ausgetestet haben als Jugendliche. Mittlerweile sind definitiv die interessanter, die es geschafft haben, wieder damit aufzuhören. Ja, ich werde schon nicht krank. Kennen Sie diesen Spruch? Ja, ich werde schon nicht krank. Das kann sein, dass Sie nicht krank werden und ich hoffe es für Sie, dass Sie nicht krank werden. Nur jeder zweite Raucher wird krank. Ja, an irgendwas muss man doch sterben. Ja, wenn Sie an irgendwas sterben müssen, bitteschön, aber doch bitte schon nicht am Rauchen. Jeder vierte stirbt am Rauchen. Würden Sie in ein Flugzeug einsteigen, was mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 4 abstürzt? 25 Prozent der Flieger kommen runter. Da würden Sie doch raussteigen. Achtung, Sie sitzen genau in diesem Flugzeug und Sie können da aussteigen. Wenn Sie an irgendwas sterben wollen, dann hängen Sie sich doch gleich auf. Ja, auch Nichtraucher bekommen Krebs. Das ist schon richtig, dass auch Nichtraucher Krebs bekommen. Wissen Sie allerdings, dass es bei vielen Krebssorten das Rauchen die Hauptrisikoursache ist? Nehmen wir zum Beispiel mal den Lungenkrebs. Rund 85 bis 90 Prozent aller Lungenkrebspatienten waren Raucher. Käme irgendjemand auf die Idee, das nicht mit dem Rauchen zusammenzubringen? Mein Opa hat geraucht und ist 80 geworden. Respekt, toller Opa. Vielleicht wäre der Opa aber 90 oder 100 geworden, wenn er nicht geraucht hätte. Weil woran ist der Opa wahrscheinlich gestorben? Am Herzinfarkt oder am Schlaganfall? Das sind die beiden Haupttodesursachen in unserer westlichen Zivilisation. Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Was ist ein Hauptrisikofaktor dafür? Das Rauchen. Warum machen wir so einen Quatsch? Warum reden wir uns das Rauchen schön, obwohl wir es eigentlich besser wissen sollten? Erstens, weil wir es oft tatsächlich nicht besser wissen. Wir quatschen so aus Unwissen. Dann, wenn wir darüber nachdenken, dann verwenden wir jede Menge Ausreden, weil wir haben ja Angst davor aufzuhören. Und unter dem Strich betrügen wir uns dabei einfach nur selbst. Meine Damen und Herren, hören Sie auf, sich selbst zu betrügen und vor allem hören Sie auf, dafür Geld auszugeben. Denn Sie verbrennen ja dann nur noch jede Menge Kohle zu Asche. Bitte machen Sie sich mal klar, wie die Zigarettenpreise in den letzten Jahren gestiegen sind und wie die weiterhin steigen werden. Wie die Steuern steigen werden. Im Ausland sind die Zigaretten noch teurer. In England kostet die Schachtel Zigarette, kostet da sieben Euro. In Norwegen kostet sie neun Euro. Und bitte machen wir uns klar, dass auch bei uns die Zigarettenpreise weiter steigen werden. Also ich habe mir damals immer eingeredet, ich würde mit dem Rauchen aufhören, sobald die nächste Zigarettenpreiserhöhung ist. Und was soll ich Ihnen sagen? Ich habe nie mit dem Rauchen aufgehört, wenn die Preise erhöht wurden. Aber jetzt. Jetzt haben Sie die Chance, Sie haben jetzt die Chance, aufzuhören und die Preise können Ihnen ganz egal sein. Drehen wir das mal bitte um. Stellen Sie sich mal bitte vor, wenn Sie heute mit dem Rauchen aufhören, was Sie bald an Geld sparen werden. Es gibt ja Menschen, die rauchen so circa zehn Zigaretten am Tag. Diese Menschen werden bald 63 Euro im Monat sparen und das sind im Jahr ganze 756 Euro. Andere Menschen, die 20 Zigaretten am Tag rauchen, die verrauchen im Monat 126 Euro. Das sind pro Jahr 1512 Euro. Sind Sie vielleicht zu zweit, dann rauchen Sie zweimal 20, also 40 Zigaretten. Als Pärchen, dann verrauchen Sie monatlich 252 Euro. Und das sind im ganzen Jahr 3024 Euro. Es gibt Menschen oder es gibt Pärchen, die verrauchen 60 Zigaretten am Tag. Das sind circa 378 Euro im Monat. Im Jahr sind das dann also 4536 Euro. Und für die 80 Zigarettenraucher, dann sind das im Monat 504 Euro und ganze 6048 Euro. Meine Damen und Herren, das sind fast 12.000 Mark im Jahr. Dieses Geld, das gehört Ihnen. Ihr eigenes Geld, Ihr Nettoverdienst. Bitte gönnen Sie sich dieses Geld. Nehmen Sie sich wieder, was Ihnen zusteht. Aber das erst in zwei Blöcken, denn jetzt machen wir erst einmal eine Zigarettenpause. Bis später. Ferratten Untertitelung des ZDF, 2020